heute morgen stellen wir euch den dipizaner hengst von safari vor und zwar die 1504 05 ja es ist natürlich wieder kein pferd aus dem laufenden programm obwohl wir es noch da haben ich habe das auch gerade erst festgestellt dass ich das zweite pferd was ich von safari vorstelle wieder ein pferd ist was nicht im programm ist ist aber zufall weil ich habe eine ganze menge von tieren die hier liegen und warten dass videos draus gemacht werden und nehme einfach immer so eine mischung raus fährt anderes tier die nur und so weiter und so kommen die pferde in zufälliger reihenfolge und auch die anderen tiere damit sind wir jetzt hier bei dem lipizaner hengst gelandet die figur finde ich doch recht gelungen es ist auch noch eine von den figuren die die ursprüngliche dame modelliert hat die für safari die pferde gearbeitet bearbeitet hat wo ich schon gesagt habe die leider nicht mehr lebt lipizaner hengst kann man sich jetzt darüber streiten ob das wirklich ein lipizaner ist er hat ja weiß ich nicht lipizaner merkmale erst weiß so damit sind wir schon mal wie ich das häufiger sage beim lipizaner weiße pferde ist oft als lipizaner wobei wir eine schöne hals linie haben schöne hengst linie haben dafür auch ein bisschen recht kräftigen kopf aber auch da ist sonst von den beinen her ist die aktion würde ich jetzt sagen nicht unbedingt zu lipizaner haft aber generell ist es ein sehr schönes pferd was man natürlich auch für diverse andere warmblutrassen nehmen kann oder auch für den ein oder anderen vielleicht mix wo man sagt na ja ich habe so ein bisschen barockiges ein drin kann man durchaus durch den kopf mal mit einfließen lassen gerade wenn man so auf live shows geht oder sich so eine rasse aussucht ist er doch recht gut für verschiedene sachen geeignet wir haben eine ganz leichte fellstruktur die mehr so durch die farbe kommt die mähne ist ein bisschen geteilt auf zwei seiten er ist also nicht gestylt für eine hofreitschule sondern so wie er normalerweise ausschaut die augen sind bei dem modell nicht gerade gleichmäßig bearbeitet aber er hat natürlich schöne dunkle große glosste augen die nase ist dunkelgrau bisschen auch geglost die hufe sind leider ganz schwarz oder sehr sehr dunkelgrau dass ich das nicht mehr erkennen kann was ich ein bisschen schade finde weil natürlich haben die pferde keine schwarzen hofe die wären dann schon doch hell also ein pferd was hier so weiß ist hat natürlich auch helle hufe so schweif haben wir hier noch auch noch mal komplett weiß die schattierung die sich hier drin sind ergeben sich anscheinend nicht durch eine schattierung generell sondern durch leichtes dünnes auftragen der weißen farbe würde ich fast sagen also ich könnte mir jetzt vorstellen dass da an bestimmten stellen weniger weiße farbe aufgetragen und ich kann es nicht genau erkennen oder ob es vielleicht dann doch noch mal drüber gemalt wurde oder es ist vielleicht auch eine mischung aus beiden dass man ein bisschen schattiert hat und ein bisschen die farbe recht dünn aufgetragen hat an einigen stellen hier sieht man dass es ein hengst ist die haben die typische nummer also was sie immer laufen die batch nummer drunter gestempelt was ja auch immer sein muss und da steht natürlich auch drin lipizana hengst und dann copyright 2013 schon von safari auch wenn das pferd selber wie man hier sieht von 417 ist hufeisen sind runter gemalt die hufe selber sind auch ein bisschen nach modelliert also soweit alles ganz gut und ich finde ihn alles schön also wenn man ihn so hinstellt dadurch dass er ich versuchte immer mehr vorzustellen wenn sie irgendwo in einem stall stehen wo man auf sie bespielt oder vielleicht auch ein stall als diorama hat oder generell so ein setzkasten oder eine schrankwand regale was auch immer sieht er natürlich sehr schön aus weil dadurch dass er ganz weiß ist er natürlich ein bisschen hervor sticht was jetzt nicht so ganz passt von der bemalung ja man mag es mögen man mag es nicht mögen wen stört kann es natürlich ein bisschen ändern es ist ja nicht viel es sind ja nur kleinigkeiten und denke trotz allem dass das ein schönes pferd ist für die sammlung und ja es hat auch recht viel er hat auch recht viele fans dabei das kann man auch dazu sagen so das war es auch schon wieder für heute damit geht der kleine zurück in seine box und wünscht allen ein happy collecting